Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Shitshow, besser bekannt als Sonic Colors Ultimate. Yeah, Planet Wisp Act 4. Ich hasse das Spiel. Ich bin zum Beginn gleich mal ehrlich. Ich habe schon vor ein paar Tagen versucht, den Part aufzunehmen, bin dann aber wieder an einer Stelle die ganze Zeit gescheitert. Ich hasse das Spiel. Ich kann das Spiel echt nicht leiden. Nee, wirklich nicht. Keiner von euch schaut es. Mir macht es keinen Spaß. Ich bin schon die ganze Zeit, abgesehen von der Musik, finde ich wirklich alles scheiße in dem Spiel. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich das abbrechen soll. Ich bin wirklich seit der letzten Aufnahme kurz davor gewesen. Dann habe ich mir aber gedacht, komm, wird es da einfach nur scheiß Laune und Sonic... Was ist falsch mit dir? Lauf normal. Lauf wie ein normales Tier, Sonic. Ganz... Nein, da drücke ich nicht hin, Junge. Nein, nicht dahin. So, jetzt, hier. Nein, 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 nein. Den brauche ich nicht. Und so. So, die Roboter, die machen wir mal ganz kurz. Alle hier kommen. Also ich... Verarschen kann ich mich alleine. Also ich war wirklich wieder jetzt kurz davor, das hier abzubrechen. Ich habe jetzt aber überlegt, komm, diese Aufnahme-Session ziehst du nochmal durch. Und zu gucken, weil... Seien wir mal ehrlich, die Musik ist schon geil. So, aber der Rest halt nicht. Und das ist halt ein... Ja, kleines Problem könnte man fast schon sagen. Ah, das war die Stelle, wo ich die ganze Zeit nicht weitergekommen bin. Leck mich spiel. Diese Plattform ist so ein bisschen das Problem. Und ja, also die Musik ist wirklich gut. Aber der Rest, die Steuerung ist nicht präzise. Das Spiel ist schwammig. Es ist teilweise einfach nur fucking schwer. Das Anvisier-System. Funktioniert nicht richtig. Also sagt hallo zum eventuell letzten Part dieses... Schönen Projekt. Ach, ja. Ja, ja. Das wäre dann das erste Projekt, das ich abbreche. Leck mich. Leck mich, ganz ehrlich. Ich verbrauche ungefähr... Ich habe dich nicht anvisiert, du kleine Fickgeburt. Das hätte fast geklappt. Das wäre cool gewesen. Jetzt hätte ich mir gehofft. Störb, ich bin alle deine Familie mit dem Dom. Also für euch ist es wahrscheinlich auch keine Freude zu sehen hier, wenn ich 15 Minuten lang die ein- und dieselbe Stelle immer und immer wieder mache. Ja, endlich, geht doch. Hier in Kommen. Also wenn ich 15 Minuten lang die selbe Stelle immer wieder mache. Und danach... Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Also eigentlich nur das Spiel. Mein Leben ist... Mein Leben ist geil. Gehen wir bitte mal ein. Versuch was jetzt. Vier Minuten hängen wir hier schon wieder dran und was habe ich geschafft? Nada. Niente. Geht doch. So, das ist jetzt gemeistert. Jetzt muss ich nur... Ja... Das hier schaffen. Okay, ich dachte, da kann man lang. Und dass ich die Fresse halt und einfach nicht rede, macht das auch nicht gerade besser. So, komm runter, du scheiße Plattform. So, komm. Sonic, geht da hoch. In den Himmelbergen. So, geht doch, wir sind weiter. Wir sind weiter, Mann. Und ich bin im Kreis gelaufen. Im perfekten Kreis. Okay, Maeve. Beruhigen. Beruhigen. Jetzt. Sofort. Das Spiel hat dir gar nichts getan, außer deine komplette Zeit geraubt. Hättest du doch gleich von Anfang an, Mario 64 Let's Played. Oh, nein. Oh, ich hätte noch nicht Sonic auf meinem Kanal. Lass mal Sonic bringen. Alter, war das cool gerettet. Nutsch mir die Eichel. Ganz ehrlich? Nutsch mir die Eichel. Das ist jetzt Part 8 oder so. Das ist jetzt Part 8 oder so. Okay, nächster Versuch. Machen wir das wieder so wie mit den Robotern? Ja. Denn das ist eine sehr gute und bewährte Taktik. Was ist dein scheiß Problem, Sonic? Ganz ehrlich? Vielleicht kann der mir ja helfen. Ein bisschen. Lutscher. Warum bremst du immer? Das ist dein scheiß Problem. Das ist dein scheiß Problem. Das ist dein scheiß Problem. Der soll doch gehen mit den Geschissen. Man sieht das. ok vielleicht so vielleicht so ja ich vertraue dem weg irgendwie nicht ok ok ja so ist es cool ne ja 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 11, 11 verfickte Minuten hören wir wieder in diesem beschissenen Level. Abtreibung! Facepaunt Jaaa Ich hab echt keinen Bock mehr auf das Spiel hier. Bin ich? Bin ich ehrlich? Wäre ja schon mal schön wenn wir zum nächsten Checkpoint kommen würden so damit wir merken dass wir vorankommen aber nein. Hier schießt du ein Sperma, da hab ich's mir auch nicht mehr. So hier waren wir lang nicht mehr. Du lebst noch? Schön, jetzt nicht. Okay. Wir haben den Punkt erreicht. Das Let's Play ist vorbei. Tschüss, abgebrochen. Fickt euch. Nein, ihr nicht. Euch hab ich lieb. Sonic soll sich ficken. Das war's. Tschau. Das war's. Das war's. Das war's.